hey und willkommen zu einem weiteren video hier von rasantlumi hier sind wir zurück in karsukas bei teil 10 und wir haben endlich den schwarzen ritter das ist der wahnsinn und jetzt kann es abgehen jetzt ist er im deck hier drin und jetzt ich habe alle kisten schon geöffnet können die siegesküste verstehen und ich hoffe ihr mögt das spiel pixel kinder ich feiere es ähnlich wenn ich ehrlich bin könnt ihr mir schon in die kommentaren ob euch das gefällt aber jetzt hier erst mal zu kasse kurs spiel viel erfolg und die gegen den dodo danke danke jetzt können wir das hier mal so hinterschweiflich sagen ja mal ruhig hilft ja nix ein wert heutzutage bummel im deck hier sind ja alles schlecht von ihm das war nicht so gut das war nicht so gut ja ob ich da schon mal entfernen würde ich springen jetzt dadurch wird es jetzt ganz gut was spielte jetzt bringt tja das hat sich jetzt gefällt ja das kann auch gerne machen wieder machen sie alle montag das waren doch klar das hat das ist natürlich schwierig schwarze retter kommt ja schwarze retter kommen schwarze retter ist unterwegs das ist zu stark